grüße in der letzten folge haben wir über den bt2 panzer gesprochen und in dieser folge reden wir über seinen nachfolger den bt5 also drückt schon mal den daumen hoch und kanal abonnieren falls noch nicht geschehen und die glocke aktivieren bitte um die folgen die dann noch folgen und weitere folgen nicht zu verpassen es geht los wie ihr jetzt wisst wurde der bt2 panzer aus dem christy panzer entwickelt und der christy panzer wurde von den sowjets im jahr 1930 in usa gekauft beim us-amerikanischen ingenieur wolter christy der den panzer entwickelt hat der panzer konnte ohne ketten fahren also die ketten wurden abgenommen in vier teile zerlegt und auf diese regale über den fahrrollen abgelegt in vier teile musste jede kette zerlegt werden das nahm so circa 30 minuten ein für die gesamte besatzung und das wurde dazu gemacht der panzer konnte dann auf seinen rädern fahren über den asphalt er machte die straße nicht kaputt dann die kette wurde geschont das war so eine grobgliedrige kette ich hatte ein bisschen verschleißprobleme damals und dazu sparte man natürlich sprit weil die kette diese grobgliedrige kette die machte halt viel fahrtwiderstand oder verursachte fahrtwiderstand und mit den rädern hatte man das nicht also man konnte kosten sparen man kam auch schneller voran weil der panzer auf rädern schneller fuhr es wurde nicht für die deutschen autobahnen entwickelt wie manche meinen schaut mal in die geschichte waren die erste deutsche autobahn fertig gestellt wurde also so weit hat man dann auch nicht gesehen bei den sowjets der panzer hieß m 1940 modell 1940 und der panzer kam nach odysseer walter christi schickte ihn ohne turm warum das so geschah habe ich in der letzten folge erzählt und bevor aber der bt2 in die produktion gehen konnte musste noch einiges geändert werden es waren die zeichnungen waren waren im zollmaß und die konstruktion war zu komplex also circa 1300 änderungen wurden in die konstruktion eingebaut und dann ging der bt2 in die produktion in die serienfertigung aber der us-amerikanische entwickler hat natürlich den panzer für den us-amerikanischen markt entwickelt um in einem in einer us-amerikanischen fabrik mit den entsprechend qualifizierten arbeitskräften ingenieuren und so weiter zu produzieren und in der udsseer gab es eine andere situation wie ihr wisst aus meinem video russische revolution bis jetzt nur eins aber so eine reihe werden steckte russland von bis vor kurzem noch im feudalismus das gab es es gab nicht so viele hochqualifizierte arbeitskräfte die wenn man schon zehn klassen hatte war man schon fast ingenieur so ungefähr und deswegen musste die konstruktion des bt2 stark vereinfacht werden also bt2 war immer noch zu komplex so ging man also daran das ganze zu vereinfachen und die zeichnungen in die mit insmetrische masssystem zu überführen dann hat man im jahre 1932 die stärkere bewaffnung erprobt die der bt panzer bekommen sollte aber ein großer teil der bt2 panzer hatte noch nur eine mg bewaffnung das heißt die habt nur mg als waffe keine kanone ein teil hatte die 37 mm kanone und sie wurde als zu schwach angesehen mittlerweile vor allem die sprengwirkung weil gegen infanterie gegen die infanterie hatte die sprenggranate des des geschützes sehr wenig sprengstoff drin deswegen wurde eine größere kanone vorgezogen man hat gesagt wir vergrößern gleich vor allem war die 37 mm kanone aus einer deutschen kanone entstanden das war von der firma rheinmetall 1930 gekauft worden über eine deck firma namens bütast sie wurde die kanone wurde weiterentwickelt aber der deutsche ursprung verursachte eine komplizierte konstruktion zu komplizierte deswegen konnten die kanonen nicht in großen stückzahlen gefertigt werden diese die gleiche kanone war übrigens der das ausgangsmodell das ursprungsmodell für die deutsche park 35 36 wenn man schon dabei ist die waffe eine andere waffe zu verpassen die russen hatten eine ps2 37 kanone aus eigener entwicklung aber wenn man schon dabei war die waffe zu verändern hat man gesagt okay mach mal gleich eine vergrößerte eine größere waffe rein und also wurde praktisch ein größerer turm entwickelt und in diesem größeren turm haben sie eine 45 mm kanone 20k eingebaut für den größeren turm wird musste auch der turm kranz geändert werden da wo der turm drauf gesteckt wird musste auch vergrößert werden und so konnten nun zwei man in den turm plus der fahrer also drei mann besatzung hatte man dann insgesamt die kanone 20k hatte eine mündungsgeschwindigkeit von 757 metern pro sekunde aus 500 meter hatte sie konnte sie 51 millimeter panzer stahl durchschlagen und aus 1000 meter waren es immer noch circa 35 millimeter und die feuerrate betrug 12 schuss in der minute natürlich im idealzustand und dieser neue panzer mit dem vergrößerten turm kranz vergrößerten turm und der 45 millimeter kanone bekam die bezeichnung bt 5 ich sage das weil das während der konstruktion weitere veränderungen dazu gekommen sind ebenfalls neu hatte man im bt 5 ein sozusagen koaxiales mg 7,62 millimeter reingekriegt beim bt 2 hat man das nicht gekriegt da hat die kanone nach vorne geschaut und das mg so zur seite also hat man hier eine blende gehabt für die kanone und hier eine blende und eine wiegeverrichtung für das mg sozusagen und hier hat man praktisch die konstruktion zusammenfügen können das war also in eine art neue entwicklung know how weil vorher wusste man nicht wieder wie man das machen kann so und der motor des bt 2 der versagt ein extra dilemma das problem war die bt 2 bekamen den liberty motor der in usa produziert worden ist irgendwann mal diese das war ein flugzeugmotor und die sowjets haben also die ausgedienten liberty motoren aufgekauft alle alle die sie kriegen konnten und die haben gedacht okay für die erste serie kaufen wir die liberty motoren für die weitere fertigung gab es ja den m5 motor das war der liberty motor denn die sowjets gekauft haben und in lizenz gebaut haben für eigene flugzeuge doch in der zeit als die kommission diesen christi panzer gekauft hatte ist inzwischen entschieden worden den m5 motor abzustellen der bohrt zwar eine gute leistung 400 ps bei 1650 umdrengungen pro minute hat einen doppelvergaser nutzte flugzeug bin sind ist ja ein flugmotor gewesen er wurde mit einem elektrischen starter gestartet oder konnte auch mit handkurbel gestartet werden wie bei flugzeugen damals üblich gewesen ist bloß in der zwischenzeit haben sie gesagt das war genau 1930 als diese kommission da in usa war wurde in der fabrik entschieden den m5 motor den sowjetischen liberty lizenz motor abzustellen die fertigung abzustellen oder einzustellen dann sind die ist die sowjetische kommission mit einem panzer zurückgekommen aber der motor der gerade noch für den panzer geeignet war der ist eingestellt werden in der zwischenzeit haben sie gesagt okay was machen wir es gab aber haufen m5 motoren die von den flugzeugen im flugbetrieb schon ausgedient haben die durften weiß ich nicht zig flug zum beispiel 500 flugstunden und da musste der motor ausgetauscht werden genau weiß ich jetzt nicht und da haben sie diese ausgedienten motoren in den panzer eingebaut haben sie general überholt dichtungen ausgetauscht und so weiter und in die panzer ist ja nicht so schlimm weil der panzer der kann ja nicht abstürzen ein flugzeug stürzt ab wenn der motor kaputt ist also haben sie diese motoren hergenommen aber da kann man auch nicht beliebig viele nehmen sondern da ist ein ausgedient da ist ein ausgedient den immer her und mehr kannst du halt musst halt warten bis wieder einer ausdient warum ist der m5 motor abgestellt wurden sie wurden gegen achtung einen bmw motor es wurde entschieden gegen einen bmw motor 6 diese motoren zu tauschen das war auch eine lizenz variante das war der motor bekam die bezeichnung m17 das war lizenz variante des bmw 6 motoren der wurde zwar zusätzlich überarbeitet und so weiter aber im großen ganzen war das bmw 6 wenn ihr über diesen motor eine extra ein extra video haben wollt dann müsst ihr mir innerhalb von vier wochen wenn dieses video rauskommt 500 likes bescheren unter dem video und dann machen extra video über diesen bmw 6 motoren während dieser panzer produziert wurde haben sie weitere verbesserungen eingebracht treibstoff und öltanks vergrößert getriebe haben sie geändert fahrwerk konstruktion haben sie geändert und verbessert um es zuverlässiger einfacher in der fertigung kostengünstiger zu machen viele der kinderkrankheiten des bt2 wurden ausgemärzt der kampfraum bekam zwei neue zwei feuerlöscher und der motorraum bekam eine zusätzliche batterie weil die alte die war einfach zu schwach also zwei batterien die panzerung des bt5 entsprach der des bt2 sie betrug zwischen 6 und 15 mm dicke je nachdem welche stelle die fahrerluke war 20 mm dick die fahrerluke wurde übrigens geändert im vergleich zum christi hatte so eine komische doppelklappe und der bt2 der kammer bekam so eine einfache klappe da und wir hatten eine einzige platte im buch die war so groß ungefähr die war 40 mm dick oben und dann praktisch das war die obere platte und dann unten war noch so eine die war dann 30 mm dick aber die vordere obere platte und so weiter die war 15 mm das war also ein schutz gegen ein mg aber wenn da eine kleinkalibrige flugabwehrkanone so 20 mm sie kam da leicht durch so in den seeschlitz des fahrers haben sie ein panzerglas integriert damit da nicht jedes splitter den fahrern aus gefecht setzt das mal in den schlitz rein fliegt die panzerplatten wurden nach wie vor vernietet nieten machen ein problem bei treffern wenn die zum beispiel zwei panzerplatten vernieten dann steckt diese dieser niet da drin und wenn hier ein treffer reingeht in die stelle die platten biegen sich eine köpfchen wird abgerissen und niet schießt mit hoher geschwindigkeit in den kampfraum hinein und wenn es halt irgendwo den fahrer oder so trifft dann ist tödlich oder kann tödlich sein muss nicht kann nach circa 280 gebauten maschinen wurde eine neue variante des turmes entwickelt und zwar die alte variante war praktisch ein zylindrischer turm und an dem man hinten einen ausschnitt machte quadratischen und befestigte da irgendwie so einen rechteckigen korb so als turmnische war natürlich eine kleine nische und dann hat man dann eine elliptische turm variante entwickelt das heißt der turm hatte dann eine richtige elliptische form von oben wenn man darauf schaut und hatte so eine richtige turmnische hinten die nutzte man für zusätzliche munition zum ablegen und als gegengewicht für die waffe natürlich da drehte sich der turm leichter wenn du ein gegengewicht zu der waffe hast so das getriebe war zeitweise drei stufen dann vier stufen multischeiben seiten vor gelege und trocken reibungskupplung also beim fahrwerk wurden die antriebsräder verstärkt und die fahrrollen wurden neu konstruiert um sie einfacher zu gestalten und besser sie wurden nun gegossen weil vorher wurden sie gepresst so eine fahrrolle zu pressen ist halt eine große presse von nöten und wenn du die fahrrollen gießt dann brauchst du das nicht die serienfertigung des bt5 begann 1933 und wegen der ganzen veränderungen stieg die masse auf 11,7 11,9 tonnen große problem der bt-panzer waren wieder die funkgeräte nur ein kleiner teil hatte diese bekommen zum beispiel im jahr 1934 hatte die fabrik in harkow 1103 panzer gebaut und davon hatten nur 243 funkgeräte also knapp ein fünftel insgesamt wurden 1884 bt 5 panzer bis ende 1934 produziert die letzten maschinen bekamen noch eine verbesserte variante der kanone und die weiterentwicklung des bt 5 führte zum bt 7 logischerweise darüber reden wir in der nächsten folge was da noch geändert wurde auf der basis des bt 5 wurden auch viele verschiedene experimentellen maschinen gebaut zum beispiel bt 5 is der hatte drei antriebs achsen und zwei lenk achsen das heißt also hat nämlich nur ein paar lenkräder sondern zwei paare die damit verkleinerte sich wenderadius wendekreis der maschine die geländegängigkeit stieg sehr stark an die bodenfreiheit verbesserte sich von 180 auf 382 mm und das geilste bei dieser maschine war dass sie auch mit einer oder mit zwei abgeschossenen ketten wenn im gefecht also kette abgeschossen wird musste nicht die besatzung aussteigen und den radantrieb umstellen so wie das bei bt 2 oder bt 5 und bt 7 später auch der fall war sondern hier war eine synchronisierung drin möglich so dass man mit einer kette weiterfahren konnte automatisch aus dem innenraum man musste nicht aus dem panzer steigen das heißt im gefecht wäre das natürlich möglich und das würde der überlebensfähigkeit des panzers natürlich stark helfen dann hat man flammenwerferpanzer im russisch gibt es den buchstaben h hbt 5 in deutsch muss man das mit ch darstellen hbt 5 und wozu ein flammenwerferpanzer natürlich gegen infanterie oder bunker vor allem prototypen von dieselmotoren wurden mit dem bt 5 erprobt also das waren mehrere prototypen ihr habt viele informationen bekommen 6 zylinder 12 zylinder dieselmotoren wurden mit dem bt 5 schon erprobt bereits schwimmtauch und sumpffahr ausrüstung wurde ebenfalls auf dem bt 5 erprobt entwickelt und ein bei einem projekt gab es sogar zwar erfolglos aber den versuch eine gettling gun in den bt 5 als hauptbewaffnung zu integrieren so nun zum einsatz der einsatz der bt 5 zeigte sofort die höhere zuverlässigkeit der gesamten konstruktion zum beispiel hat man einmal eine gruppe von bt 5 von harkov nach moskau umdisponiert und das sind so circa 800 kilometer fahrt und sie sind mit einer hohen geschwindigkeit gefahren teilweise wurden geschwindigkeit auf rädern weil sie über die straße gefahren bis zu 90 kmh erreicht die durchschnittsgeschwindigkeit der bewegung betrug 35 kmh und dabei hat man elf stops gehabt und nur zwei stops durch defekte so die feuertaufe das wird eine grobe erklärung ein paar operationen gucken wir uns an was ist passiert und wer hat sich der bt 5 panzer im gefecht angestellt wer hat es sich gemacht die feuertaufe geschah auch in spanien am ersten august 1937 die panzer wurden von spanischen von der spanischen republik aus der uds sehr gekauft für und uds sehr entschied sich für die unterstützung der republik weil also wer es nicht weiß in spanien gab es einen bürgerkrieg der aufständische general franko der grund für die hilfe war dass sich auch deutschland damals schon hitler deutschland eingemischt hat in diese revolution und da das war klar dass spanien dann auf die seite von deutschland sich stellen wird wenn der franko gewinnt und deswegen wurde da entschieden auch hier hilfe zu leisten und unter anderem mit den 50 bt 5 panzer die besatzungen der bt 5 panzer wurden aus sowjetischen freiwilligen gebildet und spanien also kommandeur war meistens ein sowjetischer bürger und die anderen besatzungsmitglieder je nachdem und zum beispiel kam es bei einem gefecht am 13 oktober 1937 im bestand der 15 internationalen brigade mit unterstützung des 24 spanischen infanterie batalions ein angriff auf die stark befestigte stadt fuentes de ebro die gegner hatten verteidigungspositionen errichtet und so weiter die frankisten hatten artillerie panzer beartillerie natürlich das war also bt 5 war keine bedrohung keine große bedrohung das war bei weitem kein tiger und der plan sah vor dass man auf jeden panzer der am angriff teilnimmt sechs infanteristen drauf setzt und sie stürmen durch die feindliche verteidigungsstellungen die infanterie springt ab und gibt den panzer deckung weil die panzer an sich sehr schnell sind langsam fahren macht sie zu einem leichten ziel also müssen sie schnell fahren und wenn sie aber schnell fahren kann die infanterie nicht mitkommen und somit sind sie der gegnerischen infanterie bei der gegnerischen schützengräben leicht ausgeliefert leichtes futter für molotov cocktails und handgranaten allgemein auch bett 5 hat eine dünne panzerung könnte man auch mit der handgranate unschädlich machen und deswegen also aufgesetzt infanterie doch was ist passiert die panzer waren neu auch für die eigenen republikanischen truppen und als die republikaner da in ihren schützengräben saßen und auf die frankisten in richtung stadt gucken auf einmal kommen so panzer von hinten und die haben nicht gewusst was für panzer wir haben doch gar keine panzer das haben sie nicht gewusst jetzt fangen sie an auf diese kommenden panzer zu schießen weil sie meinen das sind auch frankisten die mit den panzern daherkommen und das komische ist die aufgesetzten infanteristen auf den panzern oben drauf fangen an zurückzuschießen auf die republikaner die in den schützengräben sitzen das war also ein großes durcheinander man hätte sie natürlich warnen können achtung jetzt kommen mal unsere panzer durch machte mal platz da schießt nicht drauf und so weiter das war also großes durcheinander allgemein bei der republikanischen armee die war sehr vielfältig bestand aus vielen nationen weil da viele freiwillig war aus england usa und aus anderen ländern also da fahren sie also auf die gegnerischen schützengräben zu und das feld war ja von artillerie granaten und so weiter mit verschiedenen gräben durchlöchert das war also keine autobahn da und der panzer ist halt rauf und runter gehupft teilweise fiel die infanterie vom panzer runter teilweise sind sie von selbst runter gesprungen weil da geschossen wurde sind sie drunter und in deckung in das nächste loch reingefallen und zum beispiel der panzer von robert gladnik fuhr auf den feind zu und schoss grob in seine richtung aus der fahrt kannst du nicht genau schießen ja klar wenn es im visier so himmelboden himmelboden sie ist und er ist halt hat sich nicht getraut die infanterie ist runter gesprungen hat sich nicht getraut die stellungen zu stürmen ist also an dem schützengräben entlang gefahren an den gegnerischen und hat halt drüber geschossen bis die munition alle war und dann ist er einfach zurückgefahren der william kardash oder kardash weiß nicht wie man das richtig liest der ist durch den panzerabwehr graben durchgefahren die vor den schützengräben waren durch die gegnerische infanterie warf ein molotov cocktail auf sein panzer und der panzer ist natürlich in flammen aufgegangen doch ein anderer panzer ist ran gefahren und hat ihn gedeckt die besatzung konnte aussteigen und auf aufsteigen und dann sind sie davon so alt einzelne bt panzer sind aber durch die positionen der frankisten durchgebrochen und sind in die stadt reingefahren doch in der stadt ein panzer in der stadt da sind zwar keine schützen gräben der gegner da gewesen aber es waren trotzdem überall frankisten und sie schossen halt drauf und aus dem panzer du siehst kaum was die haben auch zurückgeschossen aber du kannst nicht die häuser bereinigen und so weiter vom gegner und das sind die panzer ein bisschen umeinander gefahren ein paar panzer wurden wieder abgeschossen in der stadt und die restlichen sind wieder durch die positionen der gegner durchgebrochen und wieder zu den eigenen zurückgekehrt bei diesem angriff gegen zwischen 16 und 28 panzer verloren je nach quelle ich denke man muss hier nicht noch mal extra erwähnen warum das so schlecht lief sah man aus dem aus dieser beschreibung schon so weiterhin gab es gefechte um die stadt teruel von dezember 1937 bis februar 1938 liefen diese gefechte dabei wurden 15 bt 5 panzer verloren als am 31 dezember die aufständischen frankisten mit acht infanterie bataillon mit der unterstützung von atelier und flugzeugen die stadt angegriffen haben sind die republikaner auf und davon die in der stadt waren und dann blieben halt nur die bt 5 panzer sie waren mit den sowjetischen besatzungen besetzt diese panzer aber sie fuhren nicht raus sie blieben in den trümmern stehen das waren ein paar zerschossene häuser und da standen sie dahinter und als die frankisten kamen haben sie natürlich feuer eröffnet und haben zwei italienische cv 3 schräger 35 aus kurzer distanz zerstört die waren dünn gepanzert war kein akt und der gegner war natürlich der wusste gar nicht was passiert wie viele sind jetzt in der stadt und so und erst mal sich zurückziehen wollen erst mal die sich neu formieren und dafür hatten die bt 5 panzer einen gegenangriff durch weil die geschwindigkeit hat es ja erlaubt und dann sind sie in die reihen der frankisten rein und haben mit mgs und mit ketten über die soldaten über die gegnerischen soldaten drüber gefahren und dabei haben sie noch sechs italienische ansaldo maschinen abgeschossen der letzte sturm der stadt teruel lief am 12 februar 1938 da warfen die frankisten bis zu elf infanterie divisionen in den angriff und sie wurden von 40 panzerkampfwagen 1 und cv 335 unterstützt die republikaner haben wieder einen rückzug angetreten aber die bt 5 panzer unter dem kommando von leutnant rasguliaev das war in russe führten wieder einen gegenangriff durch und zwei von den angreifenden panzerkampfwagen 1 abgeschossen sofort dann haben sie einen flankier manöver noch mal gefahren mit der hohen geschwindigkeit und dabei auf die infanterie geschossen mit mgs und dann kam der sturm zum erliegen und die restlichen zogen sich zurück ein bt 5 wurde durch eine explosion zerstört die seitliche panzerung war dünn und es ist eine großkalibrige artilleriegranate neben ihm explodiert und die splitter haben die seitenpanzerung durchschlagen und die maschine so zerstört die besatzung getötet bei den gefechten im märz 1938 bei einem republikanischen gegenangriff nähe der stadt albacete ich hoffe das liest man so ist der panzer von leutnant rasguliaev wieder den eigenen truppen davon gefahren und stand plötzlich vor fünf panzerkampfwagen 1 er hatte also ein manöver durchgeführt und einen panzerkampfwagen 1 getroffen mit einem schuss und er wurde in der zeit von den panzer 1 natürlich mit ihren mgs beschossen und sie zerstörten sein visier für die kanone er konnte also nicht mehr zielen von daher fuhr er einen rahmangriff er hatte einen panzer 1 gerannt und diesen umgekippt hat angefangen zu brennen und das hat die anderen panzer 1 so beeindruckt oder ihre besatzungen dass die sich zurückgezogen haben ende märz 1938 die ganzen sowjetischen freiwilligen besatzungen aus spanien zurückbeordert wurden weil in spanien in dem bürgerkrieg einfach ein zu großer chaos war die haben sich aufgeteilt in verschiedene parteien es aber es gab also nicht die große armee der republikaner sondern es gab die und die und die und die die basken dann die dann die anderen und jeder hat halt sein eigenes ding gedreht und da hat der stalin gemeint ja so macht es keinen sinn wenn da keine einigkeit gibt dann können wir hier auch nichts auswirken von den ursprünglich geschickten wurden waren nur noch 22 mann am leben und 18 bt 5 panzer die waren kampffähig von den anfänglichen 50 zweite krieg bei dem die bt 5 panzer auf probe gestellt wurden war wieder der krieg gegen japaner im sommer 1938 die japaner haben beim hassansee eine anhöhe eingenommen und haben sich da befestigt und bevor sie sich stark befestigen und nachschub holen und verstärkung kriegen musste man sie schnell angreifen und das haben sie auch gemacht über schlammigen boden da war die japaner haben schon richtig die stellung ausgesucht aber da war so sümpfiges gebiet da sind die halt drüber und das waren bt 5 bt 7 t 26 panzer und die konnten natürlich im schlamm ihre geschwindigkeit nicht ausnutzen das war man schreibt also dass die geschwindigkeit teilweise bis auf drei kmh ab sinkt absank somit ist ein panzer quasi nicht mal schritt tempo gefahren und konnte natürlich schnell ausgelockt ausgenockt werden von der panzerabwehr artillerie in angriff gingen 43 panzer insgesamt t 26 und bt und nur zehn panzer kamen bei den japanischen positionen an die sowjets haben auch von der anderen flanke in angriff gestartet und da gingen 19 bt 5 und bt 7 aus der kompanie der zweiten motorisierten brigade in angriff die anfängliche hohe geschwindigkeit ging wieder verloren als die panzer wieder in den sumpf gefahren sind und dort blieben alle maschinen stecken in im sumpf alle das problem war auch der bt panzer hatte vom christi panzer die ketten übernommen und die kette ist glatt also wenn man die oberfläche sieht die ist glatt und am gleichen tag nachmittags ging auch das zweite panzerbataillon der zweiten mechanisierten brigade in angriff und diese panzer schafften es über den schlammigen boden zu den japanern und haben diese positionen dann zusammen mit der infanterie eingenommen und dann ist es so gewesen dass die japaner am 11 august um waffenstillstand batten und manche autoren schreiben das war praktisch als ergebnis dieser schlacht weil hier doch ein sieg zwar mit verlusten aber ein sieg reicht worden ist die verluste waren circa auf beiden seiten gleich 650 soldaten und offiziere getötet und 2500 verwundet jedoch da die japaner um sich zurückgezogen haben und dann um waffenstillstand baten haben die sowjets sehr viel kriegsgerät erbeutet von den japanern beim japanischen angriff auf die mongolei im mai 1939 am halchen goldfluss haben sich die bt panzer dadurch ausgezeichnet dass sie sehr schnell durch die steppe eine entfernung überqueren mussten von 800 kilometer um einen angreifenden japanischen angriffs keil zuvor zu kommen also aufzuhalten und das haben sie geschafft und von 20 bis 31 august 1939 wurden die bt panzer mit infanterie unterstützung eingesetzt und pro tag haben sie mehrere angriffe gefahren auf die japanischen positionen von 185 vorhandenen bt panzer aller typen sind 22 ausgebrannt 102 maschinen wurden beschädigt oder abgeschossen und aber 37 davon konnten sofort mit eigenen kräften instand gesetzt werden und später in der in der fabrik noch mehr die meisten durchschläge an den bt panzer gingen auf das konto von japanischen 37 mm panzer abwehrkanonen leicht und schnell feuernd reichte die durchschlags leistung für den bt panzer allemal die waren klein leicht zum tarnen der durchschlag betrug 34 mm auf 900 meter distanz und japan hatte sogar auch den lizenznachbau der deutschen pk 35 36 aber bei reinen panzer duellen ging gegen bt panzer immer als sieger hervor weil sie einfach viel mobiler waren bewaffnung war besser die japanischen panzer waren ähnlich gepanzert aber die bewaffnung um mobilität war auf der seite der bt panzer dann beim polen feldzug das war so genannte befreiungsfeld zug wurden 1026 bt panzer aller typen eingesetzt und nur 17 davon gingen verloren die hälfte davon aufgrund technischer defekte dann beim winterkrieg gegen finland ab dezember 1939 war das große problem für den bt panzer einsatz im tiefschnee die fehlende möglichkeit um die geschwindigkeit auszunutzen wieder einsatz auf stark befestigte positionen quasi wie ein sturmpanzer wobei bt panzer natürlich ein leichter panzer ist kein sturmpanzer über minenfelder im sumpfigen gebiet und deswegen gingen sehr viele verluste da wo es manöver freiheit gab wurden sehr schnelle vorstoß manöver ermöglicht da wo man durch die finnische verteidigung durch durchbrechen konnte konnte man sehr schnell bestimmte positionen erobern zum winterkrieg gegen finland kann ich eine separate video rein machen es ist sehr sehr viel stoff sehr viel erforscht worden in der zeit in der zwischenzeit sehr viel wird verfälscht durch finnische propaganda sowjetische propaganda bei der seite es gibt sehr viele sehr gute forscher mittlerweile die gute daten liefern und da kann ich eine separate video rein machen anhand dieser daten aber dann müsst ihr mir unter diesem video 3000 likes eindrücken wenn das wenn das erreicht wird dann kann ich eine video rein machen aber das würde euer interesse für mich zeigen dass ihr interesse an diesem winterkrieg habt und ansonsten ist sehr viel arbeit und würde ich nicht machen für wenn das nur drei leute angucken beim angriff auf die sowjetunion 22. juni 1941 vom deutschen reich hatte die sowjetunion noch 1270 bt 5 panzer in den streitkräften davon waren 402 maschinen mit funk geräten die restlichen ohne doch fast die hälfte 520 bt 5 panzer waren reparatur bedürftig die mechanisierten kurs das waren diese großverbände der sowjets mit den panzern die waren übers land verteilt und die deutschen sind sehr schnell ins land eingerückt und haben praktisch mit einer hohen geschwindigkeit haben eine hohe mobilität gehabt weil eine deutsche panzerdivision war im vergleich zu einem mechanisierten korps viel mobiler die hatte eine motorisierte infanterie und gut motorisierte artillerie artillerie mit schnellen mit vielen zugmaschinen und die sowjetischen mech kurs die waren im grunde noch ein level drunter hatten zum beispiel stc traktoren für die artillerie die nur fünf km h schnell waren wenn wir eine schwere haubitze ziehen mussten zwischen den kurs teilweise bis zu 50 bis 50 bis 100 kilometer entfernung war und wenn ein kurs sich mit fünf oder zehn km h bewegt weil sonst die infanterie nicht hinterher kommt und die artillerie dann ist natürlich insgesamt kannst man kann man ausrechnen wie lange sie dann brauchen um sich zu vereinen und konzentrieren um den deutschen panzerkeil dann anzugreifen und das ging halt nicht deswegen konnten die deutschen panzerkeile praktisch diese mechanisierten kurs einzeln ausmachen so der kommandeur der siebten panzerdivision zum beispiel aus dem sechsten mechanisierten korps general major borosilow berichtet dass sie am 22 juni 51 schwere und 150 mittlere panzer 42 leichte t-26 und 125 bt-panzer hatten davon waren 37 bt-5 division war verstreut also ein bataillon war da ein bataillon war da stand teilweise in der minsk und in dem anderen gebiet knischen ein bataillon stand am schießplatz silonoje und so weiter und als 22 juni die deutschen angriffen wurde die division in alarmbereitschaft versetzt zwar aber noch hatte man keine verwenden man musste sich das kommando erstmal einen plan verschaffen und um 22 uhr auf nacht kam erst der befehl die 17 panzerdivision in richtung östlich von belastok zu bewegen um dort die durchgebrochene deutsche division zu vernichten was ist passiert sie versetzten sich natürlich in bewegung wurden ständig von der deutschen luftwaffe angegriffen erstens dann waren die straßen durch die sich zurückziehenden den truppen verstopft also die konnten gar nicht so richtig durch aber als die dann letztendlich am bestimmungsort ankamen war die deutsche division schon wieder weg da war niemand mehr da und die haben bis zu diesem zeitpunkt 63 panzer aller typen verloren ohne dass sie überhaupt feinberührung am boden meine ich jetzt hatten was ist aber weiter passiert weiterhin kämpfte division bei staroje dubno und grodno wo sie circa zwei infanterie batalione und zwei artillerie batterien der deutschen vernichteten also hier ein kleiner erfolg erst mal dabei hatten die auch eigenen verluste 18 panzer sind ausgebrannt ausgebrannt ist totalschaden bei denen oder im sumpf stecken geblieben stecken geblieben im sumpf heißt auch totalschaden weil keine zugmaschinen zum rausziehen vorhanden die siebte panzerdivision musste eine verteidigungsstellung dann beziehen weil der sprit ausgegangen ist und die nachschubwege waren schon von den deutschen abgeschnitten es war kein keine treibstoffversorgung mehr möglich die deutschen sind ja schon weiter gerückt haben die ganzen nachschubwege hinten praktisch beherrscht kontrolliert so musste die siebte division dann sich einfach in verteidigungsstellung stehen ohne sich zu bewegen und wurde auch wieder ein leichtes opfer dann haben sie alle panzer liegen gelassen und sind natürlich zu fuß auf dem weg sich aus dem kessel zu machen aus dem entstehenden kessel so und das ist beispielhafte geschichte für jede panzerdivision damals zu der zeit im juni juli 1941 quasi aus diesem grund gingen während der ersten drei monate des krieges gingen die meisten bt5 panzer verloren die deutschen hatten immer das schlachtfeld erobert und konnte natürlich jede liegen gebliebene maschine bergen und entweder einsetzen oder einschmelzen am längsten kämpften die bt5 bei leningrad bei der belagerung da dort war ja die front stabil und zum ersten juni 1943 gab es immer noch 28 bt5 panzer dort in der panzergruppe die am 12 mai 1942 einen schlag in richtung harkov durchführte waren 11 bt5 und 14 bt7 panzer drin und die sowjetischen truppen konnten in die deutsche verteidigung einbrechen auf einer breiten front 65 km breite die sind dann bis zu 20 25 km tief in die verteidigung in die deutsche verteidigung rein doch die deutschen hatten natürlich reserven dahinter und haben sofort hier einen gegenschlag durchgeführt sowjetischen kräfte abgeschnitten eingekesselt sie haben auf den befehl sich zurückzuziehen gewartet haben den zu spät bekommen waren bereits abgeschnitten bei diesem angriff wurden 16 bt5 oder bt7 vernichtet so auf diesem bild seht ihr ein bt5 das in der fabrik instand gesetzt wird und die turmaufschrift lautet soja kosmodemjanskaya das war eine sowjetische saboteurin die im deutschen hinterland häuser verbrennen sollte sie wurde ergriffen gefoltert und er hängt was aber dann dazu führte dass ihr name zum märtyrer symbol wurde also wenn ihr zu dieser geschichte auch ein extra video haben wollt schreibt es bitte in die kommentare und liked diese kommentare weil dann sehe ich hier wollen so so viele leute wollen diese geschichte hören so im endeffekt sind circa 1500 bt5 panzer bei den gefechten gegen die wehrmacht verloren gegangen davon waren circa die hälfte also 750 kampfverluste die restlichen waren aufgrund technischer mängel oder treibstoffmangel zurückgelassen wurden von eigenen besatzungen vernichtet zerstört im sumpf stehen geblieben und 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 der einsatz als beutepanzer geschah bei der finnischen armee am 4 september 1941 wollten die finnen je sechs bt5 und bt7 panzer mit achtung aufgesetzter infanterie je sechs man über den fluss tuloksa bringen das war also da beim leningrad irgendwo zwei panzer sind dabei im sumpf stecken geblieben und wurden verlassen die restlichen wurden bei der verteidigung gegen die sowjetischen gegnern griffe verwendet ein bt5 panzer mit der bordnummer 99 wurde von den finnen in einem propagandafilm für die eigene armee verwendet mehrere bt5 panzer wurden von den finnen in den boden eingegraben und einbetoniert um sie nicht damit der feind sie nicht raus tut und wieder gegen sie einsetzt und diese panzer stehen heute noch dort einbetoniert die kriegt man nicht mehr raus das ist so im gebiet lumjaki juntola weil er sich in finland auskennt kann dir mal aufsuchen die wehrmacht setzte bt panzer auch ein davon ist aber nichts bekannt unter der bezeichnung panzerkampfwagen bt742 r das r steht für russisch die übrigen bt5 panzer die noch übrig waren wurden im fernost konzentriert von wo haben dann die sowjets einen japanischen angriff erwartet den ganzen krieg über haben sie erwartet jetzt kommen die japaner jetzt kommen die japaner aber der angriff kam nicht also wurden die vorhandenen 156 bt5 panzer beim zerschlagen der quantun armee im jahre 1945 hergenommen bei den langen märschen in dem gebiet die mongolischen steppen und so weiter sind circa 30 prozent der bereits sehr stark veralteten maschinen liegen geblieben aber bt-panzer waren dann doch für diese langen märsche am meisten geeignet als zum beispiel t34 oder kw-panzer deswegen war das natürlich günstig wir sind auch schneller aber es gab überhaupt keine kampfverluste unter den bt-panzern diesmal unter den bt5 zum heutigen tag haben es nach meiner information acht bt5-panzer geschafft einer steht in dem neuen park patriot in moskau einer steht in der stadt kirovsk bei st petersburg ist es nicht weit einer in der stadt borsia einer am berg bainzagan da im mongolai als denkmal und weitere vier maschinen sind dort auch in verschiedenen städten wie under chan oder sumber so freunde das war es zum bt5 in der nächsten folge für die brauche ich bitte ein daumen hoch für euch damit ich euer interesse habe kanal abo und glocke natürlich selbstverständlich weil ohne geht es nicht ist eine gewissensfrage so in der nächsten folge sprechen wir über den bt7 weitergehenden entwicklungen was ist da noch umgemacht worden die geschichte kampfeinsatz haben wir jetzt glaube ich genug durchgemacht von bt5 da waren überall bt7 dabei wenn also die gleichen operationen werde ich dann nicht mehr ansprechen sondern ich schaue ob irgendwo bt7 noch extra eingesetzt worden ist separat damit das ein bisschen neue info ist so und dann die weiterführende entwicklung die zum t34 letztendlich führte und damit ich weiß dass es euch interessiert bitte drückt daumen hoch kommentiert das video schreibt irgendeinen scheiß rein ist mir egal 750 daumen hoch brauche ich bitte freunde sonst geht es nicht sonst spüre ich mich schlecht unmotiviert für den nächsten teil es ist sehr viel arbeit das alles rauszufinden rauszurecherchieren verteilt es bitte unter euren bekannten schickt es dem nachbar der oma dem opa dem freund vom opa der freundin von oma der klasse beim klassentreffen mal ein video bt5 eventuell können die ganz reichen von euch die ganz ganz reichen von euch sich überlegen mich mit einer zusätzlichen kanalmitgliedschaft zu unterstützen ich habe bis jetzt vier leute vier kanalmitglieder die ich natürlich besonders bedanken danken möchte ich mich bedanken möchte bei ihnen für die finanzielle Unterstützung und zusätzliche Motivationsschub natürlich dann eventuell können sich manche von euch überlegen mein aktuelles Buchprojekt zu unterstützen alle links dafür unten auch wieder wir für alles andere auch meine T-Shirts seht ihr auch unten mein T-Shirts Design Jacken Design Taschen Design Kappen Design Socken Design Teddybieren Design Teddybieren alles bedanke mich für die Aufmerksamkeit Freunde und bis zum nächsten Video also Adios bis zum nächsten Video